Hallo, Hallöchen, da sind wir wieder. In einem Rack-Gag. Tatsächlich. Und... Abgesehen davon, dass ich vermute, dass irgendwie sich Wasser aus meiner Wasserkühlung verabschiedet. Und das nicht gerade wenig. Ist gerade alles gut. Slada. Oh, shit. Es sind russische Leute dabei. Mit Omipo? Okay. Das ist... Keine Ahnung Idee. Ach, du Scheiße. Ähm. Ähm. Ja. Ich bin noch am Gegner auschecken. 2.800 Spiele, fast 3.000 Spiele. Ähm. Das ist wieder so blöd. Ich kann eigentlich relativ viele Helden spielen. Dann habe ich meine Lieblingshelden und dann muss ich immer überlegen, hm, was könnte ich nehmen, was die aufhält. Und der hat eben Stun und Burn und und... Er ist auch nicht gerade ohne. Ach, wenn... Wenn ich Razor nehme? zusammen mit Platzsieker... Versuchen wir es mal. Ah, der Helm ist ganz nett. Heute habe ich schon. Das habe ich auch. Der Helm war geil, ne? Empire of the Lightning Lord. Da wäre mir eigentlich der Helm ganz lieb. Das sind andere Amschienen. Der Brustkorb. Und der Helm. Ach, das ist ja hier komplett ein Set einzeln. Einzelteilen. Gut, das ist das 80 Euro Ding. Da haben wir schon mal angeguckt. Ne? Der andere Helm wäre noch interessant. Hm. Tiny. Sehr interessant. Später kann ich dem viel Schaden klauen. Definitiv. Kann ich nachher viel Schaden klauen. Okay, wir haben gleich Licht als Support. Das ist gar nicht schlecht. Komisch, dass ich auch an Sniper gedacht hatte. Jetzt ist die Frage. Was wird unser 3000 Spielemann machen? Wir haben Damage, Damage. Achso. Ich gehe mit Licht. Wraith King. Obwohl, ne. Ich gehe mit Wraith King. Dann kann der mit Licht auf einen lehnen, dass der die Eisarmor bekommt. Und die Eisarmor rein. Ah. Oh, nein. offline ist nicht besser okay so vom anfang her haben sie keinen guten push aber sie haben initiator initiator wenn er blink hat als eigentlich auch support zum teilen ich meine gar nicht geguckt, oder? Ja, gerade noch mal gucken. Ach doch, ich hat geguckt, ne? Da kannst du nichts rauslesen. Nichts. Der sammelt Licht und ich sammelt Raid King. Kassner hat so... Ja. 30 Sekunden. Ich gehe. Er ist ein Wart King, dass er so etwas ist. Es ist Zeit für die Fantasie-Welt-Avatars zu pretendern, um zu murderern einen anderen. Ich bin der Freude. Es müsste definitiv härter werden, als es unbedingt sein muss, wenn der alleine farmen könnte. Oder Licht farmen könnte und nicht wir beide zusammen. Oh, netter Skin. Ah, dang it. Ich muss das sein. Muss das sein. Ah, 45 Schaden dazubekommen und reicht immer noch nicht aus, um ordentlich schluten. Zu schlagen zu können. Das ist echt übel. Ah, dang it. Das ist noch viel schlimmer als gedacht. Ich kann überhaupt nichts machen. Und ich bin auch schwer dran mit dem Stun von Tiny. Warum auch immer ich keinen Last-Hitten kann. Sehr gut. Ach. Bottom Tower being attacked. Gold is a great conductor. Ah, schade. Beine hätten sie gekriegt. We have first blood. We have first blood. Feel death's cold embrace. Of course. Es ist wirklich so ärgerlich, dass der nicht... Vor allem, da ist man sich mit zwei Mann einig und da dachte... Nee, 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 nee. Das ist einfach... Teamwork. Una a la canone. Ah, komm her mit deiner Betäubung. Wenn ich meine Schuhe habe, kriegst du nämlich nicht mehr. Andere Taktik, aber... Komisch, Tiny ist gerade erst auf Level 3 aufgestiegen? As you wish. Dang it. Diese... Diese lächerliche Range. Die Lands muss unbedingt her. Äh, die, die, ähm... Ja, Dragonlands. Ich bin nicht schnell genug. Ah, jetzt hat er noch mal. Ah, 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 ah. Ah. Definitiv. Conduct me where you will. Hang it. My current flows. I bring the razor light. Hang it. Ich könnte kotzen. Was ist das denn? I go. Ich hab doch ein 22er Pfing, das müsste doch eigentlich klappen. Oh. The time has come. As you wish. Mist. Entschuldigung. Was ist denn hier groß? Ich grinze einfach nicht hin. Quick as lightning. I go. Ich grenze einfach nicht hin. Das Teil hier ist einfach total beschissen. Ich hab nicht mal mal einen bescheuerten Schupe. Das ist... Das ist... So, jetzt hole ich mir noch meine Schuhe. So. Dann. Hoffe ich doch mal, dass ich da jetzt eine Rune vorfinde. Schade, natürlich nicht. Okay. Diese Schuhe. 21 ist doch schon mal nicht schlecht. Ich kriege jetzt nicht hin. Ach, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich kriege jetzt mal. Ich kriege jetzt mal. Ich kriege jetzt mal. Mist. Ich bräuchte meine... Okay. Ich kriege jetzt mal. Absene. Sie. 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 Ich kriege jetzt mal. Sie. Nein. Ach komm schon. Ernst jetzt? Was will der denn jetzt? Der Sniper ist leider gestorben. Scheiße. Der Sniper ist ein Schmeiß. Nein. Der Sniper ist da oben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist eine... Oh, nein. Das ist ja schon keine Ulti. Sniper, du bist... Nein. Ja. Doch. Na, wenn du weiter auf den... Die Wunder machen wir gar nicht. Ah, dang it. Das Ding ist der Fall. Das ist unglaublich. Okay. Das zweite Mal bin ich gestorben. Nicht gut. Das letzte Mal hatte ich jetzt schon meine Schuhe zusammen. Der hat einen Mega-Kill, verdammt. Der hat einen verschittenen Mega-Kill. Ja. 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 Ja, das ist eine Fläche. Nein. Ja. Ja. Der hat einen Mund. Ja. Das ist doch sehr. Oh, shit. Junge, Junge, Junge. Hat er die runtergelockt? Das war echt cool. Wunderbar, eine Sekunde gezögert. Und schon funktioniert das doch. 11 zu 10. Gut. Ich bin jetzt nicht zwingend öfter gestorben als die anderen. Gold ist ein großartiger Konduktor. Kondukt mich, wo du möchtest. Gold ist ein großartiger Konduktor. Oh, er hat es geschafft. Er ist raus. Okay, dich habe ich gesehen. Wer auch immer du warst. Hä? Wer war das? Also habe ich jetzt nur Halos. Doch, da ist er doch. Tatsächlich Antinich. Natürlich. Oh, er ist rausgekommen, Chaos Knight. Das ist gut. Ähm. Oh, da ist auch schon wieder eine Motte drin. Ähm. Ja, wenn wir Pech haben, greifen sie jetzt gleich da. Oh, ne. Dann brauche ich zumindest mal... Alle zwei Minuten tauchen Runden auf, ne. Sicher ist sicher. Tiny Star. Und... Die blöde Kuh. Ah, dang it. Ich bin doch schon dabei. Die blöde Kuh. Ah, ha, ha. Scheiße. Oh mein Gott. War das knapp. Ich würde ja, aber ich habe nicht genug... Leben. Ja. Ich muss zurück. Oh, how wonderful. Your middle tower is being torn to pieces. Onward. Your middle tower is under attack. Das ist nicht gut. Es steht 13, 14, aber ich kann noch nicht viel ausrichten. Ich habe auch erst 30 Last Hits. Mein letztes Mal um einiges mehr. Was ist das? Ist das ein Ilu-Begel? Da hoffe ich, dass sie nicht zu viel drauf verwendet haben. Um es hinzubekommen. Ähm. Ich glaube ja mal, dass es eine Ilu ist. Ja. Agreed. Ah, da ist das, okay, noch. Okay, Chain Frost, okay, das ist gut. Okay, der hat den Turm aufgepumpt. Schade. Ja. Ja. Unstopp. Stain Tower. Ah, das ist gut. Ah, scheiße, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Ja, aber die hat doch noch ihre Ulti am Lauf, wenn man... Ok. Oh! 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 Es geht ja nicht darum, dass der da einfach stirbt. Okay. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit. Okay. Okay. Oh, das ist gut. Der hat schon sein Echo-Subber. Das ist weniger grob. Oh, shit. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin auch nicht schlecht, von daher. Ich würde ja gern eigentlich mal... Dann lassen wir mal... Okay... Oh shit... In ein T1 gegen ein T2... Nicht schlecht. Dass ich da gestorben bin... Sehr unglücklich. Sehr unglücklich. Gut, ich hatte ja auch kaum... Möglichkeit, meine Sachen einzusetzen. Ich hätte so gern ein Wort da oben drauf gesetzt. Ich dachte, da jetzt eben hier einer kommt, ne? Okay, da kam Orange Slater... Da. 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 Ich sollte mal hier wieder anpallen, was... Okay. So, jetzt habe ich keine... Ich muss ja mal... Ich muss ja mal... Ich muss ja mal... Ich muss ja mal... Ich muss ja... Ich muss ja mal... Die Radiant structures are fortified. I go. The time has come. I gather, Clouds. Quick as lightning. I'm under attack. So. My power is spent. Aber das Witzige ist, keiner hat mich getötet. Das war am Ende der Tower. Hm. Was ist das Problem? Waking is bot, der... Nimm deine Illus mit. Dominating. Dominating. I'm not a trophy for my boss. Guys, you need this good for me or take damage from me. And just make them... Don't think about me and we win. Ach, Kese. Genauso ich oder Chaos Knight. Waking is grad auf ner guten Position. Tatsächlich. Lass mir auch noch ein bisschen Farm und... Das war zu riskant. Hier. Für euch hab ich grad keine Zeit mehr. Ich bin die Zeit mehr. Okay. Okay, jetzt haben wir an der richtigen Stelle zumindest mal schon mal einen Ward. Ähm... Okay, jetzt haben wir keine Vision. Ja. Gut, wir sollen mal im Channel Vision haben. Äh, immer schön zurückbleiben. Nicht hinterher, die müssen da selbst gucken, wie sie klarkommen. Oh, ich habe es tatsächlich geschafft, ziemlich gefarmt zu werden. Was hat denn noch mit da drin? Hatte ich denn noch einen Kugel? Ja. Hallo, habt ihr mal heute an? Ja, wäre echt hilfreich mit dem Gold und so weiter, ne? Das kann schon. Ah. Das wäre natürlich auch noch hilfreich gewesen. Das wäre natürlich auch hilfreich gewesen. Das wäre natürlich auch hilfreich gewesen. Ja. 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 Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Chance hat er nicht mehr. Also Antimage hat keine Chance mehr. Oh, Antimage ist aus. Okay, er hat aufgegeben. Ähm. Ähm. Agree. Tygo. 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 in China Da haben wir schon ordentlich gemacht, tatsächlich. Wow. Das war natürlich jetzt heftig, da hätte ich noch mal mithelfen können. Gut, habe ich mir meinen Assist gemacht. Oh, hm, das war ich. Hm. Guck mal, ich kann mal meine Hurricane kriegen. Ich habe den letzten Turm gemacht. Ich habe den Dings zerlegt. Ne? Oh. Okay. Wunderbar. Wieder eine Runde gewonnen. Schön, ne? Wunder schön. 25, ähm, Punkte dazubekommen. Ich muss die ganze Zeit noch meine Punkte wetten. Ah. Habe ich auch noch so viele von. Mal hier mit 200 der Raid King. Warte. Und der Vollidiot wollte unbedingt auf die Safe Lane. Mit 41116. Na, danke. Da hätte ich ja besser auf die Safe Lane gehen können. Da hätte er mehr Punkte gewonnen. Da hätte er mehr Punkte gewonnen. Mehr kills, weniger Tode. Mehr, das ist... Was sind denn eigentlich hier? 28, 49 Punkte. Sind das die? Oh. Oh. Okay. Am Anfang war es ja noch ausgeglichen. Bis Pan 20. Und dann haben wir überholt. Hm. Na ja, gut. Dann, äh... Chaos Knight. Ne, Licht, Licht. Mit dem war ich mir ja einig. Sniper war ein bisschen egoistisch und hat den mitgezogen. Deswegen... Naja, aber dafür waren sie beide... Ne, ist ja egal. Ah, schade. 85. Ich dachte, jetzt hätte ich schon... Ja, das ist so knapp. 0,001%. Naja, was sonst. Gut, dann, ähm... Ja, hoffen ins nächste Spiel. Hoffentlich gewinnen wir das auch so schön. Ähm... Wäre schön, wenn wir da gut dastehen würden. Dann könnte ich... Ähm... Mal die Punkte setzen. Also, bis dann.